hey leute und willkommen zu einer weiteren folge art survival sendet in dieser folge werden wir versuchen diesen most shops auf level 145 zu zähmen ich hätte irgendwas getroffen hat okay nein da auf einmal so ein giga level 200 komm bitte kommst du ja ich komme wenn hier irgendwas auf dem weg ist so ein dodo in level 50 natürlich auch hier ist ein beber da das aber nicht sonst sterben wir wieder ja da ist ein beber damm lass aber nicht und sterben wir wieder ja da wurde sogar gemacht von einem cast heroines ach keine ahnung was warte mal naja das sogar direkt hier vorne los nicht kommen lasse zum base gehen und dann den typen piranhas ja da kommen schon wieder welche weiß was jetzt bleibe ich da kommen kann sie mir vielleicht Prozent vielleicht helfen weil ich bin nicht derjenige der angreifen kann und wenn man auch hier keine Ahnung ich bin dann geschnitten ne greif mal eine bronzer an wie groß ist der eigentlich der größte die nur im spiel Mal gucken, hat das funktioniert? Äh... Cooked Prime Meat Gekochtes Filet, der Lass irgendein Baby finden Ja, lass das machen Haben das ja viel zu einfach gemacht mit dem Du musst doch irgendwo ein Kind sein Lass mal hin Weil du dein Spiel auf Deutsch hast ist mein Spiel auf Deutsch Oh Ja genau, deswegen kann ich nicht sehen, was ein Gerüche ist Oh 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 jetzt müssen wir das direkt kochen lass mich das abbauen auf der kühle das kein Holz das kein Holz das kein Holz das kein Holz ja dann muss er ich jetzt aber nicht bei allen und ist noch etwas essen so nicht nur etwas sondern ziemlich viel also mein spiel ist englisch aber die namen sind auf deutsch also zum beispiel bei ich kann sogar sehen wie lange es dauert bis die dinger gecraftet werden ich habe jetzt wieder kleidung und von mir kommt wie die kann so kompliziert ihr jetzt lassen zähmen jetzt auf einmal er will honig von einer riesenbiene wenn er das will ne junge das werden wir niemals schaffen ach so und ich werde jetzt in näher wahrscheinlich an machen für die nächste folge ich werde den nebel wahrscheinlich wieder an machen für die nächste folge weil ich meine ich kann alles sehen alles überall etwas okay etwas in unserem dino feiner in unserer welt ich nenne ihn wie ich immer einen freund von mir nenne bitte sagt dass es etwas ist was wir auf youtube tun können ich nenne mein freund immer Oshibere Oshibere Hotterkopf frag mich wieso ich mein freund Oshibere nenne ich würde sehr gerne fragen egal aber jetzt haben wir das erste Reittier ja jetzt lassen die Giga zähmen das das Reittier machen für den Oshibere Oshibere komm Nero ich hier habe jeder hat ich glaube aber so er kommt hier auf meinem Rücken ist einfach nur eine Möchte Statue der aber ich kann der Anfang habe ich schon vergessen mit dem ja jetzt haben wir einen Bärenfarmer ah 1600 Fasern warte der kann Fasern fahren anscheinend 900 Fasern 200 Fasern vielleicht äh nimm mal ein bisschen raus dass ich mir mit hab vielleicht keine Ahnung so Narkosebären naja warte b nr m nr 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 jetzt mal gucken bei holz glaube ich kann er doch gar nicht oder doch holz kann er auch und stroh aber nicht so viel so alle anhalten also nicht mein freund von mir so nennen wir uns immer gegenseitig ist ein mädchen der name passt nicht wirklich nein joe biden ich muss das thumbnail erstellen okay leute das was man mit dem video ist tut mir leid dass es etwas kürzer war aber ja was passiert passiert okay dann bis morgen